Es tut mir leid, Faith. Ich kann es dir nicht sagen. Hm, äh, äh. Ich hatte ein paar Reservations mit dir, aber das war nicht so schlecht, wie ich dachte, dass es sein könnte. Na, ich glaube, das ist so nah an ein Kompliment, wie ich von dir erwähne hätte. Also? Es ist nichts. Ich habe nur... Hm. Tja. Wir können immer mehr finden. Ich dachte, dass es sein könnte. Aber Crane läuft seine eigenen Weg. Du machst dein Best. Das ist alles, was jemand tun kann. Obviamente, du wirst nicht wissen, was ich heute machen. Jetzt bin ich der Garten. Ich habe sicher, dass diese Leute nicht so schlecht sind. Wie er sagt, dass er seine Zeit verbreitet. Ich werde das machen. Ich weiß nicht. Es ist nur ein System verbreitet. Das ist scheiße. Hallo an die Zuschauer! Aber wir werden es durchstehen. Vielleicht ist das nicht für mich. Ich dachte, dass das Publikum ein wenig war. Du wirst es herausfinden. Du bist besser als ich mit diesem politischen Thema. Das ist nicht viel zu sagen. Ich glaube, dass du die richtige Entscheidung machst. Ich hoffe, dass du richtig bist. Okay. Vielleicht solltest du das machen. Ja, vielleicht solltest du das machen. Ja, vielleicht solltest du. Bigby. Hm? Das ist ein süßes Perlchen. Tja, sie hat irgendwas vor, aber wir wissen nicht was. Aber wenn es Probleme gibt, sind wir so vorzustellen. Das kannst du glauben. Die Trip Trap Bar. Die Bronx. Oh, die Bronx. Irgendwie sowas. Oh, schnell den Schnips. Madhouse Easy Lamp Production. Hallöchen. Keiner Name. Nette Gestalten. Schinken. Ich bin gerade nett. Das ist nochmal. Ich bin gerade nett. Das ist nochmal. Ich bin gerade ein paar Wochen. Nein. Vielleicht. Ich weiß nicht. Aber ja, er ist nicht hier in einem Zeitpunkt. Wenn er hier überhaupt ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist nochmal kein Problem. Ja. Das ist nochmal ein paar Wochenende. Nein. Oh nein. Ich weiß nicht. Du bist das. Die ganze Woche. die Tür? Ja, es heißt Advertiser. Wer bekommt eine Reifund? Fuck you. Die Worte sind raus. Wer ist das? Wer ist das? Ah ja, okay. Warum hast du es nicht? Wenn du einen schöner Ort willst, fühlst dich frei, hier raus zu kommen. Ich fühle mich von dir einen sehr hostiles Tone. Ich habe es nicht. Aber ich bin gut, auf diese Dinge zu holen. Er ist anscheinend willkommen. Ist er irregulär? Ich weiß nicht, wer du sprachst. Derjenige mit dem schwarzen Kopf und dem Beard. Ich habe ihn nie gesehen. Natürlich nicht. Und deswegen sind wir noch nur ein Peter auf der Bar. Äh, auf dem Dingens. So, pass mal auf. Ich brauche mal ein paar Zigaretten. Half-Path. Perfekt. Genau die nehme ich immer. Scheiße. Reicht nicht. So, mein Freund. Okay. 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 Lass mich das Mysterium für dich lösen. Sie sind schwarzen Ecke. Oh, ich weiß, was sie sind. Ich versuche nur zu entscheiden, warum jemand das essen würde. lar. Ich sehe das. Bisschen was anderes, was wir noch durchstürmen können. Das ist alles, was wir hier haben. Kunden. Klatschen wir uns mal hier hin, würde ich sagen. Wo ist die Stausch in diesem Ort? ist ich bin ein bisschen kuscheln die Ganoe oder Samstag die Gäste der Bar die Nahe aber die Zuschauer Das war okay. Was haben wir denn da? Boom! Hallo, Holzfelder. Und ein Lächeln. Na, fuck. Na, hier sind wir. Du und ich haben es schon seit 100 Jahren gefahren. Ich bin mit der Kampf. Na, Woody. Das macht uns zwei von uns. Ich bin mit dem Lachen. Ich bin mit dem Lachen. Ich bin mit dem Lachen. Ich möchte einfach sprechen. Das muss nicht so sein. Vielleicht ist er nicht mit dem Lachen zu sprechen. Warum lassen wir ihn mir das erzählen? Okay, Grant. Boom! Bitch! Kimm dir mal deine blauen Haare nach vorne, wie wir es damit... Ah! Es ist lustig. Ein Minutes zuvor, niemand wusste, wer du bist. Ja... Nun... Jeder kennt dich. Big Bad Wolf. Jetzt bin ich der Bad Guy und du bist ein Sheriff. Was für eine ganze Welt ist das? Komm schon, Woody. Warum hast du das gemacht? Keine Bullshit. Die gleiche Grunde. Die gleiche Grunde. Die Leute machen viele Dinge. Die Geld. Ich bin durch ihre Platz für Wochen. Sie sah nicht so aus. Sie hatte Geld. Ich bin sicher. Sie hat Geld. Sie würde nicht auf jeden Fall machen. Ich bin sicher. Sie würde nicht auf jeden Fall machen. Ich bin zu schützen. Ich bin zu schützen. Sie waren einfach in der wronge Zeit. Sie waren einfach in der wronge Zeit. Sie waren einfach in der wronge Zeit.